Das war ein Sonntag, der in Erinnerung bleiben wird. Derby in Leipzig mit dem Sonderzug und zahlreichen Fans, garniert mit einem Auswärtssieg und feuchtfröhlicher Rückfahrt im Zug. Vorerst drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge und jede Menge Selbstbewusstsein hatten die Spieler dabei im Gepäck. Der Sieg soll einen Push geben. Nun soll der nächste Festtag für Malte, Donker und Co. folgen. Der SC Magdeburg kommt. Für solche Spiele steigst du in die Bundesliga auf. Seit der Auswärtsniederlage in Hannover eilt Magdeburg schon wieder von Sieg zu Sieg. Zuletzt gab es ein 30 zu 27 beim Bergischen HC. Pflichtaufgabe erfüllt? Leicht gesagt, gerade diese Spiele erfordern die höchste Konzentration. Wohl dem, der einen Oma Ingi Magnusson in seinen Reihen weiß. Er traf 13 Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017